Ich zeige dir jetzt ein funktionelles Aufwärmprogramm, mit dem du dich bestmöglich auf die anstehende Belastung vorbereiten kannst. Sei es ein Training oder Wettkampf. Die folgenden Übungen sind eine Routine, die ich mit der Auswahlmannschaft des Berliner Basketballverbandes als Athletiktrainer vor jeder Trainingseinheit durchführe. Aber es ist genauso gut für alle anderen Sportarten geeignet, also nicht nur für Basketball. Ich beginne mal mit dem Schultergürtel, gehe dann ins Laufen über, dann mache ich dynamisches Dehnen, dann folgen Sprünge und dann zum Abschluss noch einmal Laufen. Jeder, der richtig mitmacht, kommt dabei ordentlich ins Schwitzen und sowohl dein aktiver Bewegungsapparat, also deine Muskulatur wird dabei aufgewärmt, genauso gut wie dein passiver Bewegungsapparat, also deine Gelenke, deine Sehnen, deine Bänder und auch deine Knochen. Das ganze Aufwärmprogramm dauert 10 bis 15 Minuten. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020